Musik Hey Leute und willkommen zurück zu Black Rabbit, wie ihr seht es ist sehr dunkel, und zu Dragon Ball Legends. Heute ist es soweit, ich mache meine Son Goku Tickets auf. Ich habe alle 59 gesammelt, warum 59? Weil am 9.5. der Goku Tag war, denke ich. Können wir gerne die Kommentare korrigieren, falls ich ein Ticket vergessen habe oder so. Leute, wir gehen rein, ich habe mega Bock, wir haben hier eine Pool Rate von 30%, dass wir das Sparking ziehen. What the fuck, das ist mega hoch. Meistens haben wir so in krassen Step Up Bannern, wie er hier war, eine 20% Sparking Chance, Apropos, hier 20 Zeitkristalle rein da, haben wir eine 20% Sparking Chance, aber eine 30% bei den Goku Tickets, da habe ich mega Bock drauf. Erstmal gucken wir kurz, ob wir was rausziehen aus den 20 Zeitkristallen, leider nur ein Yamchu. Und ganz kurz noch beim C18, C17 Banner, und dann gehen wir rein in die Tickets. Ich empfehle jedem von euch, in dem Banner hier mit C17 und C18, täglich 20 Zeitkristalle zu benutzen. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr aber, ihr könnt auch eine Hero ziehen, so wie ich, ihr könnt aber auch eine Legends Limited ziehen für 20 Zeitkristalle. Ja, wir sollten sparen für das 4. Jubiläum, was Ende des Monats kommt, aber so ein bisschen Glück gehört auch dazu, Leute. Aber jetzt hier erstmal, die 59 Tickets, ich hoffe, ihr seid bereit. Ich hoffe, ihr habt sie auch gesammelt, denn ihr habt, äh, gefühlt, wenn das Video heute kommt, glaube ich, keine Zeit mehr. Leute, hoch die Hände, es ist Wochenende, Genki-Dama, Power rüber zu Black Rabbit, der ja in Deutschland wohnt. Und ja, ich kaufe noch Lampen. Leute, wir gehen rein. Nehme ich auf? Ich nehme auf. Und ich hab Bock, ich hab Bock, mal wieder ein Open zu machen. Aber, wir warten natürlich auf das 4. Jubiläum. Tau, bye, bye, da ist unsere 30% Sparking Chance. Sehr, sehr geil. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall etwas schon mal, wunderschön. Tau, bye, bye, Freezer besiegt. Haben wir noch eine Goldschrift? Nein, leider nicht. Aber wir löschen ihn aus. Ja, weg damit. Kein Broly? No, kein Brokkoli. Also, keine Legends Limited garantiert. Wir hoffen aufs Beste natürlich, dass wir heute eine Legends Limited rausziehen. Extreme Gokus bringen wir, glaube ich, gar nichts. Aber schön, dass ich sie ziehe. Hero Gokus glaube ich auch nicht. Den müsste ich alles auf 14 Sterne haben. Lassen wir uns aber überraschen. Oh, der? Ich glaube, der ist auch schon 14 Sterne jetzt. Sparking! Oh, Gokus aus GT. Ich bin auch gespannt, wie vieles Parking ist wie heute. Ziehen wir das? 59 Tickets. Und Leute, uh, sehr schön. Okay, der fehlt mir, glaube ich, noch sehr oft. Bei dem bin ich gespannt. Wie gesagt, der andere Gokus wäre mir lieber. Nein, der andere Gokus. Ah, wir gucken mal. Wir gucken mal. Erst mal abchecken. Uh, doch nicht. Okay, also, um es zu... Oh Gott, 5 Sterne erst dieser Extreme Gokus und der hier aus GT auf 12. Ich hätte gedacht, der ist schon 14, aber auf 12, okay. Und der Gokus hier, uh, der braucht auch noch einiges. Also wir können auch ordentlich Gokus rausziehen. Leute, schreibt mal jetzt in die Kommentare, wie viele Sparkings hast du gezogen? Wie viele Legends Limiteds hast du gezogen aus den 59 Song Goku Tickets? Würde mich mal sehr interessieren. Und mich freut es gerade zu sehen, dass ich eben 2 von 3 Extrems noch nicht auf 14 Sterne habe. Perfekt. Kann ich auch bei Extreme noch ordentlich was rausziehen. Das ist immer eine gute Sache, wenn es nicht nur um die Sparkings geht. Aber Leute, eine Kapsel. Bruder, wir haben eine 30% Sparking Chance. Da muss schon ein bisschen mehr kommen als eine Kapsel Goku. Bemühe ich ein bisschen, ne? Bemühe ich ein bisschen. Blaue Schrift, aber super, Sergin. Er könnte noch durchziehen. Wie geht das der Küche? 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 Uh, uh, uh. Wie geht das der Küche? Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, Baby. Wie geht das der Küche? Wollen wir alle sehen. Hahaha. So muss das laufen. Und Goku rein, scheiß, muss Vegeta natürlich helfen. Neue Gokus für mich? Jo, perfekt. Nächster Goku, den ich brauche. Noch? Oh, stimmt. Dann gibt es ja auch noch. Okay, es sind doch mehr Extreme-Gokus, als ich dachte. Der ist scheiße. Ich nehme aber, wie gesagt, jeden gerne mit, den ich so oft habe. Und wir haben einen Goku mit Broly im Hintergrund. Sehr knuffig. Die zwei in der Raumkapsel, die zu den verschiedenen Planeten geschickt werden. Es ist eine schöne Sache. Kriegen wir noch einen Sparking? Oder ist er... Uh, sehr schön. Oder ist nur eine gewesen wieder? Uh, ja. Aber die Extrems, die Extrems sind gut. Die Extrems sind gut. Leider wieder nur eine Sparking. Also derzeit zwei Sparkings. Uh, uh, uh. Look at this. Nicht das. Look at the Sparking. Look at the Sparking. Moment, Moment. Moment. Da ist die Sparking, oder? Look at this Sparking. Ist das ein Sparking? Jo. 14 Sterne. Yeah. 14 Sterne. Wunderschön. Geiler Scheiß. Jetzt haben sie die Goku-Tickets schon gelohnt. Eine 14 Sterne. Und die Extrems, der schon zwei Sterne jetzt nach oben. Also geil. Geil, geil, geil. Leute, wo ist Vegeta-Tag-Tickets? Wann ist Vegeta-Tag? Was soll das? Warum nur Goku-Tag? Wo ist Vegeta-Tag? Es gibt sogar einen Overtrein für Piccolo-Tag. Super Saiyajin Blue garantiert uns zwei Sparkings. Oder meint es drei? Minimum zwei auf jeden Fall. Sehr geil. Super Saiyajin Blue, ey. Baby. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Gegen Golden Freezer. Und Goku zieht natürlich durch. Oh, wunderschön in Blue. Ich bin auch so gespannt und bete jetzt schon zu Gott Popo. Zu Gott Azois. Zu Dende. Zu Shenlong. Wem auch immer. Dass wir bitte zum vierten Jubiläum, Ende Mai, neue Samman-Animationen bekommen. Leute, wer ist auch der Meinung? Ab in die Kommentare. Neue Samman-Animationen müssen endlich kommen. Ich kann das nicht oft genug sagen. Okay, welche garantierten Sparkings hat Goku? Hatte kurz auf Legends Limited gehofft. Aber wunderschön. Ja, das ist ein Goku, ist mir klar. Wunderschön mit Majin Vegeta im Hintergrund. Ah, Majin Vegeta. Mega nice. Komm schon, gönn bessere Extrems. Nein, nicht den Goku, Mann. Nicht den Goku. Eine Sparking muss noch kommen. Uh, den gibt es ja auch noch. Es gibt so viele Goku-Extremes. Und da, kein Legends Limited. Aber wieder eine Sparking. Nehmen wir gerne mit. Geht da irgendwann auch ein Stern nach oben? Juhu. Sehr gut. Erstmal die Extreme. Nächsten Stern. Und die Sparking. Zwölf Sterne. Geiler Scheiß. Den hier habe ich leider schon auf 14 Sterne. Wunderschön mit Majin Vegeta. Und den jetzt hier auf 12. Auch ein richtig geiles Artwerk mit Raditz im Hintergrund. Kann man sich nicht beschweren. Hat er eine Animation? Ne, ne. Oder? Auf jeden Fall geil mit Raditz. Ist der Beginn gefühlt von Dragon Ball Z. Richtig geil. Also jetzt haben wir insgesamt vier Sparkings. Extremes, die ständig Sterne nach oben gehen. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, Leute. Ich hoffe, ihr wart oder seid auch zufrieden mit euren Goku-Tag-Tickets. Weil, ey. Wie sagt man? Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ist das österreichisch? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall. Schon eine geile Sache. Nehme ich gerne mit. Hat ja nichts gekostet. Außer ein bisschen Zeit, die Tickets zu farmen. Hat nicht lang gedauert. Okay, wir haben einen geilen roten Himmel. Wir haben einen Super Sergin. Und wir haben einen Freezer außer Puschte. Leider wieder kein Brokkoli. Kein Brody. Aber ja. Vielleicht kriegen wir trotzdem noch eine Legends Limited. Ich denke nicht. Ehrlich gesagt. Ich habe nicht das Gefühl. Hör auf mit diesem Goku. Aber. Verhegert? Ah. Hat ich kurz gehofft. Leider den einen Goku, den wir heute schon auf 14 Sterne gebracht haben. Schade. Schade, 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 dass wieder der gleiche Goku ist. Und kannst du bitte aufhören mit diesem. Oh, ich habe ja die Kamera gespiegelt. Kannst du. Es ist verwirrt. Kannst du bitte aufhören mit diesem Goku zu geben. Hör auf damit. Ich kann mit dem nichts anfangen. Außer Münzen zu bekommen. Noch ne. Ah. Goku. Einhändige Genki-Dama. Die ist ziemlich klein. Wie oft kann man denn den gleichen Extreme Goku kriegen, ne? Das ist schon, das ist schon ein bisschen. Aber hey. Zwei Sparkings schon wieder. Geiler Scheiß. Und hier 13 Sterne für GT-Gokus. Sehr gut. Leider beide schon auf 14 Sterne. Hoppla. Leider auch den einhändigen Genki-Dama-Goku. Schon auf 14 Sterne. Aber auch ganz cool mit Turtles im Hintergrund. Aber ja. Hey. Eine Hero. Eine einzige Hero. Der Rest war Extreme und Sparkings. Kann man nicht beschweren. Letzte 10 Erziehung, Leute. Und dann müssen wir leider einzelne Tickets ziehen. Ja. 59 ist halt ne blöde Zahl. Ne? Da kann man nix machen. Okay, Leute. Uh. Nochmal der Blue. Sehr geil. Wieder zwei Sparkings. Garantiert. Die nehm ich sowas von mit. Bitte jetzt nicht wieder welche, die ich schon auf 14 Sterne habe. Und hör auf mit dem Extreme-Goku, den ich auch schon seit Ewigkeiten auf 14 Sterne habe. Okay. Wir haben sogar noch eine Goldschrift dazu bekommen, damit es besser aussieht. Ah ja. Weg mit dem Golden Freezer. Keine Chance gegen Goku. No Chance. Okay. Erste Hero. Zweite Hero. Es kommen jetzt die Heroes. Aha. Ah. Tut weh. Mah. Tut auch weh. Beide Sparkings. 14 Sterne. Beide Sparkings schon auf 14 Sterne. Da kommt noch eine dritte. Uh. Den weiß ich gerade gar nicht. Könnte es sein, dass der vielleicht noch ein Kandidat ist, der ein Stern nach oben geht. Die anderen beiden Sparkings leider, leider. Extreme. Sehr gut. Oh. Viertes. Vier Sparkings. Der Super Surgeon Blue mit Hit. Oh. Wie geil. Vier Sparkings. Vier. Und immerhin eine davon bringt mir noch was. Und zwar genau die hier. 1,3 Millionen Kampfkraft. Der achte Stern ist da. Ihr seht, alle anderen habe ich schon auf 14 Sterne. Aber geil, hey. Vier Sparkings. Beim Tiefen nicht wunderschön. Die kann man drehen, glaube ich, ne? Ne? Die kann man nicht drehen. Kippen? Ne, auch nicht. Der hat eine Animation. Ha. Auf jeden Fall. Wunderschön, Leute. Oh, da ist sie. Yeah. Ist geil, oder? Seid mal ehrlich. Dragon Ball Legends ist ein geiles Spiel. Punkt. Auf jeden Fall. Vier Sparkings nehme ich sowas von mit. Mega, mega nice. Einer geht der Stern nach oben. Das geht doch, oder? Das geht doch. Also, ich bin zufrieden mit der Pull Rate von 30%. Komplett zufrieden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hört es mal, wenn ich mir da habe, ob es bei euch so gelaufen ist. Eine Kapsel. Wir drücken mal überspringen. Uh. So, sehr schön. Geh noch einen Stern nach oben. Juhu. Sieben Sterne Extreme von vier, glaube ich, auf sieben Sterne. Mega, mega nice. Das, ey. Da kannst du ja nicht Nein sagen. Da kannst du ja nicht sagen, was ein Scheiß-Banner. Ne, das ist geil. Das ist geil. Wieder eine Kapsel überspringen. Also, bei einer Kapsel überspringen wir. War aber geil, dass wir trotzdem Extrems bekommen. Und der hier ist wie hochschauen. Ah, ja. Mhm. Okay. Sieben Versuche noch, Leute. Dann haben wir alle Tickets aufgemacht. Ihr habt euch ein Video gewünscht. Ich. Okay. Dann sammle ich für euch die Tickets. Mache ein Video. Oh, fünf Kapseln. Wir lassen laufen. Fünf Kapseln. Wir lassen laufen. Kommt jetzt eine Hero. Jetzt hat man bei einer Kapsel immer eine Extreme. Ah. Unentschieden. Rote Schrift. Ah. Ah. Zieh Goku durch? Nein. Super Saiyan 3? Nein. Es ist eine Extreme. Leider. Oh ja. Immerhin. Der Goku wieder. Wieder ein bisschen Teile dazu. Ah. Ja. Dauert noch. Extremes auf 14 Sterne zu bringen. Und Heroes auf 14 Sterne zu bringen. Das ist echt schwer. Leute. Wir haben noch sechs Tickets. Drückt den Glücks-Daumen nach oben am Video. Vielleicht bringt uns das in Legends Limited, Leute. Einfach Video liken. Das hilft mir immer sehr. Übrigens. Danke dafür. Und natürlich, Leute. Wer noch immer nicht kostenlos abonniert hat. Rum. Leute. Lass ein kostenloses YouTube-Abo da. Kostet ja nichts. Wenn du sagst. Rapid. Ich hätte auch ein bisschen Kleingeld übrig. Kannst du gerne Kanalmitgliedschaft. Kanalmitgliedschaft da lassen. Link in der Videobeschreibung. Leute. Konku. Mit den Kanalmitgliedschaften hast du auch spezielle Emotes für den Chat und so weiter. Und ja. Wir werden auch bald wieder streamen. Spätestens zum vierten Jubiläum. Auf meinem Rapids-Openings-Kanal. Oh. Roter Himmel. Fünf Kapseln. Vegeta. Uh. Auf meinem Rapids-Openings-Kanal habe ich ja erst letzten Sonntag gestreamt. Und ich glaube, diesen Sonntag streamen wir vielleicht auch wieder. Ich weiß gar nicht. Mal gucken. So oder so. Dort geht ein bisschen die Karten-Action-Streaming ab. Und Vegeta bringt den Goku. Der aller, 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 allererste Goku Super Saiyajin in Dragon Ball Legends. Über vier Jahre nun ist er schon alt. Das ist krass. Also drüber nachdenkt. Vier Jahre. Pfff. Und der geile Holo-Effekt. Guckt es euch an, wenn man das Handy kippt. Das ist so geil. Senkai Awakening ist so geil. Ey. Kann man das ganzen Tag angucken. Das ist wie eine Sammelkarte. Boah. Stellt euch vor, es würde Dragon Ball Legends Sammelkarten geben. Bruder. Zum Glück gibt es aber immerhin Dragon Ball Super Sammelkarten. Die ich auch auf meinem Rapids-Openings-Kanal übrigens immer öffne. Und Super Dragon Ball Heroes. Äh. Kurze Side Story. Also Super Dragon Ball Heroes. Da wollte ich auch ein Opening machen auf meinem Kanal. Auf meinem Rapids-Openings-Kanal. Aber. Mein Paket steckt in Japan fest. Es kommen derzeit keine Pakete aus Japan. Äh. Und ein Goku mit Vegeta im Hintergrund. Uh. Auch. Uh. 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 Der ist sieben Sterne erst. Okay. Leute. Wir machen drei Tickets. Das ist gerade echt ein bisschen nervig mit Japan. Dass keine Pakete kommen. Ich glaube ihr wisst warum. Ich will das Thema nicht ansprechen. Deswegen kommt kein Flieger. Und das ist ein super scheiße. Denn es hat mich schon einige Bestellungen in Japan rumliegen. Die nicht geschickt werden können. Drei Kapseln. Wir überspringen mal. Uh. Fucking lol. Wann geht das da? Oder was? Kaioken Goku. Wim Sterne. Geil. Kaioken Goku. Okay. Das war eine wunderschöne Überraschung. Danke für die Glücks. Daumen nach oben am Video. Es funktioniert. Leider noch immer keine Legends Limited. Mich würde es so interessieren. Ob einer von euch es geschafft hat. Eine Legends Limited zu ziehen. Mich würde es so. Uh. Chin du Jun. Das ist ein gutes Zeichen. Es ist auf jeden Fall eine gefeaturete Karte. Was bedeutet das? Entweder es ist eine Legends Limited. oder eine der Sparkings, die angezeigt wird, wenn du auf den Banner klickst. Also es ist ein guter Pool, denke ich. Ich bin gespannt. Oder ein Extreme könnte es auch sein, oder? Nein? Ah. Goku. Super Saiyan 4. Geil. Nehme ich mit. Leider keine Legends Limited, aber nehme ich sowas von mit. Ah. Die ist auch so schön. Auch wieder mit einem Horror-Effekt im Hintergrund, weil es den Kai erweckt. Ah. Schön. Super Saiyan 4. Bin ich Riesenfan. Riesenfan. Leute. Letztes Ticket. Hoch die Hände. Wochenende. Letztes Goku-Ticket. Dann haben wir den Goku-Tag 2022 durchgespielt, Leute. Ich bin gespannt. Roter E-Mail. Fünf Kapseln, Bruder. Ich halte die Hände oben. Super Saiyan ist auch da. Was wird es werden? Uh. Und besiegt. Alter, das ist sowas von eine Safeness-Sparking zum Abschluss, oder? Juhu. Goldschrift. Neh. Abschluss-Sparking. Danke fürs Zugucken. Danke fürs Liken. Kommentieren. Abonnieren. Wir sehen uns gleich beim nächsten Mal. Video. Wenn du gleich abschalten solltest. Was wird es werden? Neh. Abschluss-Sparking. Abschluss-Legends Limited. Und was habt ihr gezogen? Bin schon gespannt, die Kommentare zu lesen. Das ist noch ein Goku. Senkai erweckt. Sehr schön. Nehme ich mit. Nächster. Uh. 13 Sterne Goku. Ah. 13 Sterne Senkai erweckter Goku. Voll geiler Scheiß. Also die nehme ich sowas von als Abschluss mit. Leute, danke fürs Zugucken. Bruder, Schwester, Frau, es geht raus. Viel Spaß mit mir. Bis auf der Endcard. Und ciao. Bis auf der Endcard und ciao.